So Leute, wie ihr schon sehen könnt, spielen wir heute mal eine Runde Nintendo DS. Und zwar Mario. Und wir machen das diesmal mit Time is up. Das ist ein kleines Mini-Projekt von mir, dass ich eine gewisse Zeit ein Spiel spiele. Und dann geht ein Alarm los und dann ist Ende im Gelände. Und oben rechts seht ihr ja mein Logo und daneben stehen jetzt die 30 und ab jetzt geht's los. So, schauen wir mal. Was ist denn jetzt los mit meinem Pad? Ach, Hitze. Da ist der Mario. WTF? Der kann doch nicht die Prinzessin alleine lassen. Ist doch wieder... War ja so klar. Wo ich esse. Na toll. So. Ja, geht los, ne? Level 1 und so. Here I go. Here I go. Das ist lange her, dass ich Mario gespielt hab. Aber will ich jetzt ja wohl nicht... Guter Start. Here I go. Bin ich direkt gegen den doofen Kasten da gesprungen. Macht nix. Ich wollte nur zeigen, wie ich nicht gehe. Die Sterbeanimation. Okay, dann können wir raus. Yippie. Münzen sammeln hier. Hier. Geht nur einer? Da oben ist heute schon mal drin. Ne. Münzen. Lott. Dann kann man ja rein. Ne. Okay. WC. Was ist das? Das ist eine Verkaufung. Das ist eine Verkaufung. Das ist eine Verkaufung. Ja. Dann kann man das in. Nein. Was ist das? Und da haben wir auch schon wieder unser verlorenes Leben zurück. Oh, da kommt Kuba-Tuba. Bäm. Das war wohl nicht direkt zurück. Und ich krieg den Abo dann so. So. Ah, okay. Die erste Runde ist... Oh. It's so nice. It's so nice. Okay, next round. Here I go. Here I go. Oh, höll-level. Yeah. Dude, 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 dude. Ja, war so cool. Bär. Bär. Ja, brr, brr. Erstmal hier. Ey. Ähm. Frage. Ja doch, kann man. Ich sag ja, je schneller die Leben zurück anzugucken kannst, wenn man hier. So. Da würde ich doch gerne hin. Nein. Noin. Hehehe. Such mal. Ja. Äh. Willst du mich eigentlich verarschen, Mario? So. Yes. Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Okay, okay. So. ab und zu müssen solche spieler ich hab nix auch mal hier sowohl hab ich noch nie gemacht einfach mal so zum chillen chillen wer bist du denn? Paul Reiner jetzt haben wir schon 7 Leben oder 3 nur weil wir so dämlich eins verloren haben jawohl voll oben mal weiter so geht spiel durch in der Zeit oder was so was dann damit? ach egal ich muss nicht alles kennen so ja würde ich sagen geht jetzt hier rein es gibt bestimmt gleich wieder das erste Castle wenn man da irgendwo rein muss so ich hab das noch ne ich hab das noch hup 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 diesmal es ist so nice acht welten gibt es hier oder was oh das ist das erste Schloss je bam Junge gehen wir mal rein das ist schon wieder die Skelett Coopas hier Die könnte man nicht abknallen. Ja, gut schon. Na komm. Oh, was ist jetzt wieder? Jumpskill, Junge. Jawohl. Ich will nicht, bleibt gemacht werden. Was war hier? Eine Reserveblume, die nehmen wir mal mit. Ich will da hoch. Oh. Ne, sah nur aus. Ich dachte, wäre es vielleicht der Typ. Yes. Yes, yes, yes. Juhu, meine Fresse. Ist der geflogen? Und hier? Ah, alles klar. Jetzt. Bam. Mei, johu. Ja, ich will da rein, ne? Oh. Who's that? Bam, Junge. Nichts jetzt so nice. Habe ich kaputt gemacht. Ja, bäh. Toll, weg hilft. Da haut der Bowser wieder ab. Ein größeres Schloss. Jaja, safe für euch. Okay. Ja, gehen wir weiter. Here I go. 1,4 sind wir schon. Wuiiii. Wuiiii. Aber wenn das richtig cool ist. Äh? So, muss ich schon wieder. Wenn das richtig cool ist, machen wir das anders. Dann kann ich doch ein kleines Let's Play ausmachen. Juhu. Weil so lange brauche ich bestimmt nicht für Mario. Na super. Oh. Ja super, das ist immer nur fertig. War ich denn jetzt passiert? Ja super, jetzt kann ich da rein. Ja super, ja. Ich wollte in diese kleine Miniröhre rein. Nein. Egal. Jetzt wissen wir's. Da nicht reinschmeißen. Und dann passt das schon. Uh. Ah. Jetzt kommt so ein Ding hin, der einmal für irgendwo rumgegangen bin. Äh. Und wie komm ich jetzt dran? Yeah. Ah. Jetzt kommt die Frage. Was macht dieser Panzer? Ah. Alles klar. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was man verstärkt. Ich weiß nicht, was man verstärkt. So. Muss man den jetzt nehmen? Ah. Nicht schon wieder du. Nein Mann! Dann mach ich den vor jetzt kaputt. Ach ja. Gute ob man hier bei dem Spiel Leben kriegt wie Sand am Meer. Ja. So. Wie? Ah komm. Bam. So. Komm her du blöder. Bam! Bam! So. Und weg mit dir, jubel. Komm mal ab. Uuh. So. Auf sich lohnt sich das wenigstens hier rein zu nehmen. Oh, wird schon rausgehüfte. Na gut, hat sich gar nicht so gelohnt. Da, lass mich in Ruhe. Ich nehme mal hier. Die Blüme. Ich will mich nur ein bisschen wehren können. So, wieder einen in den Ersatz. Ah ja, ich habe den doch voll gewischt. Ich bin ja noch. So, der war schlecht. So nice. So, wo sind wir denn jetzt schon? 1,5. Hier hätte man noch einen anderen Weg. Nö, 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 nö. Aber kann man dann, die Richtung kann man also quasi dann definieren mit einfach hindrücken. Alles klar. Nö, wir gehen den Hauptweg. Ich müsste noch mal hier gucken, ob ich, äh, mal so eine Runde Mario 3 fand ich richtig. War ja damals mit dem, mit dem Fliegeschwätzchen da, das erste Mal. Einfach mal cool gemacht. Mit dem Waschbärgustü. Ich hätte letztes noch ein Video gesehen. Und der hatte selber gemacht, diese vermeintlichen Kinderspiele sind nichts für die älteren Spiele. Ich muss dazu sagen, irgendwie, je älter du irgendwo probierst, ist das nochmal so, das hat er in Grunde auch gesagt. Weil die zu ihm geschrieben haben, du spielst Kinderspiele, blablabla. Die älter du bist jetzt so cooler, ist halt auch mal die alten Sachen zu zocken. Ist ganz einfach so. Ich glaube, ich würde sogar noch Dr. Mario oder so spielen. Ich hätte damals totgesuchtet. Das machen wir jetzt auch sagen. Was? Nein, ich runterfalle schon wieder. Ich bin ja auch, äh, meine, meine erste Konsole oder erste Gerät, wo ich dran gespielt habe, war ja auch so ein Pong-Gerät. So ein Telespiel. Für mich hier, wie jetzt die meisten dann so, äh, Playstation und so. Hm, das hatte ich damals gar nicht. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich sogar gar nicht gezockt. Hatten wir so, aber gar nicht. Ich hatte vier Programme. So. Und keine Farbe. Es gab mal tatsächlich Fernseher ohne Farbe. So. So, jetzt haben wir mal ein Pong-Gerät hier. Nicht immer runterfallen. Eigentlich hat man doch immer Zeit satt. Hätte ich bestimmt reingekommen. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, da haben wir es. Das sind Blume, die wir nicht haben. Haben wir. Sehr schön. Das ist doch cool. Das war so klar. Das ist ja dieses übliche, ne? Wenn man sich mal runterfällt. Das ist ja gar nicht. Ähm. Hier ist noch wieder Ersatz. Ich muss ja einfach nur 30 seine Münzen hier sammeln. Das ist immer mehr krass. 100 Münzen habe ich immer noch ein Leben. So, warm. Oh, schön. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mario. Oder was? Super Mario Land auf dem Game Boy. Auch totgesuchtet. So. Ja, sind wir beim Schloss wieder angekommen. Sehr schön. Wir kommen voran. Ja, das scheint auch in... So, ich glaube, das ist das erste... Das ist die erste Welt zu Ende. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alles klar. Wir haben Lade hochgeschossen. Yes. Komm schon. Jetzt musst du immer gucken, weil... Ich weiß ja nicht, wo die in die Lava fängt. Ach ja, er wieder. So, Leute. Wie ihr schon sehen könnt. Spielen wir heute mal eine Runde Nintendo DS. Und zwar Mario. Und... Wir machen das diesmal mit... Time is up. So ein kleines Mini-Projekt von mir, dass ich, äh, eine gewisse Zeit ein Spiel spiele. Und dann geht ein Alarm los. Und dann ist Ende im Gelände. Und oben rechts seht ihr ja mein... Mein Logo-Unternehmen stehen jetzt die 30 und ab jetzt geht's los. So, schauen wir mal. Ja. Was ist denn jetzt los mit meinem Pad? Ach, jetzt auch. Oh, das ist der Mario. Oh, oh, what the fuck? Der kann doch nicht die Prinzessin alleine lassen. Ist doch wieder... War ja so klar. Wo ich esse. Na toll. So. Ja, geht los, ne? Level 1 und so. Here I go. Ist lange her, dass ich Mario gespielt hab. Aber ich bin jetzt ja wohl nicht... Guter Start. Here I go. Bin ich direkt gegen den doofen Kasten da gesprungen. Macht nix. Ich konnte nur zeigen, wie ich nicht gehe. Die Sterbeanimation. Okay, dann kommen wir los. Yippie. Münzen sammeln hier. Hier. Oh, geht nur einer? Oh, ist doch ein Schritt einfach drin. Ne. Münzen. Okay. Okay. Jetzt kommen wir los. Okay. Okay. What's that? Crazy shit mess. Fion. What's that? Und da haben wir auch schon wieder unser verlorenes Leben zurück. Oh, da kommt Kuba-Tuba. Bäm. Und ich kriege den ab und dann so. So. Ah, okay. Die erste Runde ist... Ah. Ah, okay. It's so nice. It's nice. Okay, next round. Here I go. Here I go. Oh, Hull-Level. Yeah. Dude, dude, dude. Yeah, war so cool. Bär. Ja, brr, brr. Erstmal hier. Ähm. Frage. Ja, doch. Kann man. Ja, okay. Ja, münzen. Ich sag, ja, kriegst du eh schneller die Leben zurück anzugucken kannst. Da hab ich jetzt vergessen. Da gibt's ja gar keine. Ja, machen wir einfach so, ne? Mal schnell durch. Oh. Da sitzt er wieder. Ja, ist klar. Nee, jetzt möchte ich oben dran kommen. Das ist so nice, äh. Bring mir ein Eis. Boah, da hab ich auf jeden Fall schon mal eine Idee, aber ich gleich mal, wenn ich ja fertig bin. So, die rote Tupas bleiben auf die von oben. Da sitzt ja irgendwas. Nee, da wollte ich dem Tupas gegen schießen. Eine Münze, das war's. Was? Was willst du? Dich weg? Ach cool! Wie lange bleibt die Wolken? Ähm, Junge, ich bin der Wolkenbomber! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Du, du, du! Oh, das ist doch gut! Das ist schon ein. Komm her! Das ist schon sehr toll. Oh, 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 oh! Das ist ja sauer! Oh, oh, oh! Das ist ja sehr gefressen. Ja, das ist ein fiesig! Das ist ein fiesig! die 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 seine vorgesehen werden sollte man es tiefer fliehen fallig So, dann falle ich da hier ein tiefes Loch. So, gleich einmal, wenn die Zeit um ist, habe ich auf jeden Fall, kommt auch ein Sound. Ich hoffe, der ist nicht so laut, dass uns hier gleich der Trommelfell platzt. Oh, yippie, voll die Rutsch-Action. Wenn ich nachher fertig aufgenommen muss, ich mein liebes Fäuchen dran lassen, sehr wahrscheinlich, weil das ist auch so voll Fan hier. Bam, was da oben? Ja, gehen wir da lang. Ja, hier, bam, bam, bam. Ja, Mario, ey, immer. Okay. Da kann ich aber... So, ich mach doch hoch. Ich mach dann, die nehmen wir mit. Ah, geht's rund. Yes. Okay, die Hälfte geschafft. Und die nehmen wir und dann... Abgehe. Wo muss ich hier ran? Ja, ist da irgendwas? Na, ich geh mal weiter. Na, geil. Das sieht aus wie hier Musik, ne? Hm, hm. Ja, hier, bells. Oh, blablabla. Ja, blablabla. Ja, blablabla. Ja, blablabla. Oh, blablabla. Der nicht oder was? Aha. Okay, dann haben wir jetzt Bonuslevel. Aber jetzt muss ich ja normal sein. Schö, schö. Yes. Oh, 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 oh. Ja, nehm mal mit. Das sagt man so schön, Leben kann jeder gebrauchen. Äh, ich komm da hoch. Ah, okay. Wir müssen. Nein! Jawoll, das ist organisch. Jawoll. Ich könnte es jetzt, glaube ich, wieder alles einfacher machen, wenn man die Bonus-Level alle mitnimmt und diese Klötze dann immer... Ach, egal. Die Klötze dann immer erscheinen zu lassen. It's so nice. Ich hoffe, ihr fand die Idee cool, wie ich das jetzt hier aufnehme mit dem Nintendo DS und dem Hintergrundbild und so und den Timer. Ich dachte, ich mach mal was anderes. Was passiert nun? Ah, cool. Oh, okay. Ach, was ist das? Oh, okay. Tick, tick, tick. Tick, 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 tick. Ich mach jetzt mal ein bisschen hier. Bisschen mit Knallgas, das ist Knallgas, aber ein bisschen schneller durch hier. Geil, langsam, da rinnt die Zeit, he? Jetzt haben wir schon, wieviel Leben? Satt. Noch ein paar Sekunden, ich will das Level noch schaffen. Ich glaube, da renne ich auf jeden Fall noch durch hier. Sprint hier, Sprint. Oh nein. Pass hat ja, das wird ja grad nicht hochkommen. Und hopp. Wow. Der war laut, auf jeden Fall. Jut, bis zum nächsten Mal und tschussi.